recht herzlich willkommen zur 19 folge von stellaris ja wir sind wieder drinnen ja letztes mal als letztes irgendwelche forschungsgeschichten gemacht davor noch die das konstruktionsschiff shelter oder so habe ich noch bewegt damit die noch was aufbauen war aber alles nicht hier sondern auch ich weiß schon was ich nicht gemacht habe und das ist diesen netten herrn roboter aus naja ist egal dass die warmer wo ist denn die shelter das die warmer das forschungsschiff da werden wir wenn da ist die shelter gehe zu und die sind noch kräftigen bauen genau ok also pause spielpause kann also weiter laufen und ja was machen wir dann das ist eine gute frage gehen wir mal hier rein also hier war die shelter die sind am arbeiten da sieht man da andere schiffe sind hier noch das augenkonstruktionsschiff was macht das geschlossen es war wohl der bau von ein gebäude abgeschlossen das müssen wir uns mal gerade angucken also ich glaube das war die das kraftwerk das haben wir weiter ausgebaut hier oben ja genau das ist noch zugange oder ja und da guck mal da ist bald einer fertig dann geht es da auch voran aber das ist hier der falsche planet in dem sinne was wir hier ja auch fertig gut da ist nix das ist schon das system das haben wir das haben wir das haben wir ich glaube dann ist das system ausgebaut gucken wir mal weiter jetzt haben wir die aschschilder wieder abgewählt aber egal da und dann bau das da mal gut erledigt was haben wir hier negative bilanz okay die ist jetzt schon relativ negativ aber wir kriegen ja dann da zwei zu sollte werden oder da ist weg und das hier ist inaktive gebäude da fehlt ein personal aber hier wachsen keine leute momentan woran liegt das planet nicht größer dass da welche gebaut werden können ohne einen bewohner kann dieses gebäude nicht funktionieren genau okay pause ist drinnen gut die toten aliens die wir über den naos acht fanden sind die gestanden okay ja vielleicht geschaut das nach dem ende ihrer vermelden ja das war so ein trauriges ende für die dann okay kann man nichts ändern ja jetzt ist hier aber trotz alledem noch die geschichte mit dem dingens wir haben definitiv hier zu wenig energie und da haben wir genug das ist unser problem müssen jetzt nicht das ausbauen sondern das ausbauen aber wie können wir das ausbauen weiter gute frage ne gebäude unterhalt stations unterhalt armee unterhalt und schiffs unterhalt aber schiffs unterhalt ist ganz schön teuer wenn wir dann immer noch noch eine korvette mehr bauen dann ist auch das hier gesagt und das war da ja gut neuer kontakt interessant dann sind wir den herrschaften grüße wo sind die da oben ja wahrscheinlich ich weiß nicht welches jetzt waren aber das ist jetzt auch nicht so entscheidend auf jeden Fall sind wir jetzt schon haben wir schon einige reiche hier um die ecke okay das haben wir erforscht leistungsstaaten observatorium neue forschung schon ausgewählt fangen wir oben an oder warte mal was haben wir erstmal hier 54 von 672 und das ist neue komponenten blauer laser plasma werfer und hier hyperrom sensoren stationen hyperrom sind schiffe tja informatik was gibt es hier rechter punktverteidigung rechter punktverteidigung ty punktverteidigung kinetik schild beschädigung minus 100 prozent aktive gegenmaßnahmen ja rumpf montierte gegenmaßnahmen gegen raketen und kampfschiffe sind für wohl so langsam militärische oft unerlässlich ja komm lass das weiterlaufen gut dann sind wir da auch durch das war's ne ne das war das ok da fehlen uns leute wir brauchen aber erstmal energie mal hier schon was in diesem bier system so jetzt näher man nicht das würde bedeuten warte mal kann ich das hier rüber steuern ach so ne ich muss wahrscheinlich erstmal hier ein konstruktionsschiff auswählen ähm ähm forschungsschiff kolonieschiff konstruktionsschiff was machen die die machen nix kann ich das machen werkbaustation bauen außenposten bauen hier hin bewegen können sie nicht einfach aus dem grunde weil es nicht unsere reichweite ist das können wir aber dann machen wenn wir einen außenposten bauen dann lass uns den außenposten da bauen fertig weil die vier brauchen wir da das ist jetzt die frage ob das da ich klinke mal hier das wird ja wohl ausgebaut sein ne wo sind sie die da sind sie die sind auch ausgebaut genau ständig drei da sind nochmal zwei sind vier eigentlich naja wird schon passend sein steht ja auch vier ne alles gut so da wird jetzt weiter das gemacht das ist auch gut forschungsschiff was macht das haben wir ja zwei das eine hat nix zu tun wo sind da stationiert kann ich da mal hin das ist jetzt hier keine bewegung system erkunden machen wir das doch mal die traveler hat auch nichts zu tun ist wo da oben da dann würde ich sagen können die das da auch erforschen line doch würde gehen da lang dann lasse da lang fliegen kriegen wir auch noch hin gut sind die beschäftigt konstruktionsschiff ist dort hier sonst nix mehr ne ok was können die dann konstruieren hier oben was ja dann außenposten bauen da müssen wir wohl erst machen sonst geht das nicht ok wird auch gemacht kolonie schiff ja jetzt müssen wir wissen wo wir hier noch was haben das war da oben da können wir auch noch weiß ich weiß nicht ist das erforscht ich glaube nicht mehr oder ich gehe nochmal in die karte wenn wir dann rechtsklick machen dann müsste ja ne ich glaube da kann man nichts mehr dann erforschen rechtsklick geht nicht rechtsklick geht nicht auch nicht ich glaube das auge da dran ist für erforscht ne oder ne da ist auch ein auge dran was steht da in diesem system gibt es planeten die unsere reich noch nicht ankundet hat keine bekannten reiche eben anspruch auf diesen system okay dann lass das mal alles machen und wir sehen dann wie es weiter geht läuft erstmal ne hier sieht es in dem system aus das ist militär spitzpunkt hier irgendwo ne militär macht flotten zusammensetzung ist das der militär stützpunkt oder das ok ne die will ich nicht wissen deine mining station das ist eine mining station was ist das dann das ist eine militär station alles klar weiß ich bescheid ne ja gut das ist hier auch geklärt forschungsschiffe sind unterwegs wo achtung haben wir hier ja kennen wir auch wo ist das da ist das ok ach so das waren hier die diese fremdartigen zivilisationen ok können wir wohl nichts machen naja die sind erstmal zurückhängt gut dann würde ich sagen sind wir hier fertig und es passiert gerade nichts ne zeit läuft aber die sind alle beschäftigt dauert auch eine weile das konstruktionsschiff als nächstes fertig gut ja dann würde ich sagen was machen wir dann ich glaube wir warten erst ab bis da was passiert ist und äh ja dann melde ich mich dann im endeffekt wieder würde ich sagen und das machen wir dann in der nächsten folge ich lass mal so weit laufen bis was passiert oder oh jetzt das forschungsschiff macht hier ganz grad gas ne achso die sind jetzt da unten drinnen dann wahrscheinlich ne ok ja da ist eine anomalie gefunden worden das ist hier ein risiko zack erforschen fertig werden so wo war das kann das irgendwo sehen alpinwelt naja system erkundet ah das ist hier auch schön und das ist jetzt das die anomalie ne ja gut das ist schön irgendwas unter kalender dosen haben wir gerade gemacht forschung läuft fehlschlag 7 prozent das ist nicht viel sollte also funktionieren läuft was kommt da für eine meldung rein ok und da ist jetzt die silizium lebensform tunnelnetzwerk in dem eine art von unterirdischen silizium basierten lebensform lebt ok schön aber das braucht uns jetzt nicht so wirklich viel oder da kann man aber auch nichts machen da können andere leben aber nicht wir sehr interessant ja haben wir alles erforscht glaube dann lass uns gerade nur das forschungsschiff weiter jagen system erkunden und dann sehen wir weiter gut aber für die folge soll es dann reichen ich bedanke mich recht herzlich fürs zuschauen und würde mich freuen wenn ihr das nächste mal auch wieder mit dabei seid bis dann tschüss